Jetzt will Maria Antonia ein Wort über den Streik und den Standpunkt von Frauen, die keine Papiere haben. Kompagniere und Kompagniere, wir wollen auch sagen, dass wir Frauen ohne Papiere existieren, die arbeiten in bestimmten Häusern, aber wir haben kein Recht auf nichts. Wir haben kein Recht auf die Schule. Kompagniere und Kompagniere, wir bauen ohne Papiere existieren auch, und wir arbeiten in Häusern von anderen Leuten und haben kein Recht auf die Schule zu gehen. Wir wollen sagen, dass wir in dieser Stadt existieren, in dieser Gesellschaft. Der Staat weiß, dass wir existieren, aber wir wollen uns nicht sehen. Wir haben eine Frau ohne Papiere, die in den Häusern, an arbeiten, die existieren, aber die Gesellschaft will nicht sehen, dass wir existieren, und wir arbeiten für deutsche Frauen und auch andere Frauen. Wir haben kein Recht auf die Schule zu gehen, und kein Recht auf ein Wohnraum, und kein Recht auf Gesundheit. Wankern, wir antrick. Wir antigen S wrapsen, dass wir uns für meine Freiheit nicht arbitredetieren, damit wir Menschen antigen ausehen, so können wir den Streit aus Segel Malaysia und es sehr gut hier Mitk tatzen, Sie haben das Recht auf ein Würdiges Leben. Wir leben hier nicht, weil wir leben wollen, sondern weil die Kapitalisten unsere Erde zerstört haben. Wir wollen in Frieden leben und in Freiheit. Und hier haben unsere Länder geklaut. Wir sagen, dass niemand illegal ist. Die sagen, dass es das Grimien ist, es zu essen. Das Grimien ist zu arbeiten. Das Grimien ist zu arbeiten. Wir haben ein PAN für jeden Tag, um unsere Familien zu bringen, um ein wenig Geld zu geben. Das Grimien ist nicht für uns. Wir werden hier weitergehen, und wir werden hier weitergehen. Wir werden hier weitergehen. Wir werden hier jeden Tag arbeiten, um ein bisschen Geld nach Hause zu schicken, und in unsere Länder, die weiter zerstört werden. Solange sie weiter unsere Länder zerstören, werden wir weiter kämpfen, Tag für Tag. Und wir werden auf der Straße kämpfen. Und wir werden auf der Straße kämpfen. Für uns der Rest. Die strike, die wir nicht nur für uns. Wir lachen. Wir wollen unsere Naturaleine. Wir wollen unsere Naturaleine Und die kämpfe ist von allen, nicht nur von uns. Wir müssen uns alle unieren, um uns zusammen zu kämpfen, um die Gesellschaft besser zu kämpfen. Wir wollen nicht discriminieren. Wir wollen die Menschen igualen. Und wir werden weiterhin kämpfe. Und wir werden uns nicht mit den Frauen zu kämpfen. Wir sagen uns, Mama ist Angela Merkel. Sie sind gut. Was Mama ist? Wir haben uns etwas, wir haben etwas. Wir wollen wir tranquille. Wir kampfen, unser Kampf, wir als illegalisierte Frauen ist ein Kampf für allen Unser Kampf in den Händen als Frauen ist ein Kampf um die Natur Um den Schutz der Natur Und das heißt, dass dieser Struggle ist ein Kampf von jedem Tag Das ist ein Kampf für allen Deswegen müssen wir uns vereinen gegen Diskriminierung Und wir mussten diesen Kampf weiter tragen mit Frauen Und wir wollen auch Frau Merkel nochmal sagen, dass es für uns reicht Wir wollen Rechte, wir wollen ein bisschen Gesundheit, bitteschön Wir wollen ein bisschen Schlafen, bitteschön Wir wollen ein Recht auf Arbeit, ein Recht auf Dasein Weil wir uns bei der Wirtschaft auch beteiligen Das heißt, kommt und schließt unser Kampf an Das heißt, das ist alles Vielen Dank für die Lutzung, weil wir alle auf der Straße kämpfen müssen, um irgendetwas zu bewegen Danke